jetzt ivanovich sprintet da ist jetzt zum sprint an grigoritsch auf john noch scharf der ball schuster reingabe und was das 2 zu 0 ist jung und schon mit dem kopfball saison bereits vier tore erzielt in der regionalliga bayern und wurde vor zwei jahren natürlich schön dieser blick gab ja damals mit dem neubau der fassade die abstimmung wie unsere kontermöglichkeit über ivanovich rechts läuft robert gummi mit viel platz nicht vorbei richtiger kopfball hier noch mal und andere hahn setzt jetzt Vielen Dank.